Dann schauen wir mal auf die Arrays. Arrays sind auch häufig ungewohnt, was man sich darunter vorstellen kann. Also ich stelle mir darunter eigentlich immer eine Tabelle vor, manchmal auch eine, aber eine Tabelle mit nur einer Spalte oder einer Reihe, wie man es sieht. Ich versuche inzwischen den Begriff Liste zu vermeiden, das war noch nicht immer so. Am Anfang kann man sich ein Array gerne als Liste vorstellen, aber wir haben einfach als Liste ist auch etwas hier in der Programmierung, das sehr bald bei dynamischen Datenstrukturen im Programmieren drankommt und um dann einfach Kopfschmerzen zu vermeiden und Verwechslungen vorzubeugen, stellen wir uns Arrays möglichst nicht als eine Liste vor. Ein Array verwenden wir immer, wenn wir mehrere Daten des gleichen Types, also mehrere Elemente des gleichen Datentypes abspeichern wollen. Bei einem Array ist entscheidend, dass wir immer zu Beginn, wenn wir dieses Array im Speicher ablegen, die Größe bekannt geben und diese Größe können wir nicht mehr im Nachhinein verändern. Es gibt verschiedene Schreibweisen, um so ein Array zu deklarieren und häufig passieren einem am Anfang auch viele Fehler damit, weil man einfach nicht vertraut ist mit diesem Prinzip, was steckt dahinter bei einem Array, aber es lohnt sich da ein bisschen Zeit zu lassen. Nehmen wir zum Beispiel an, wir wollen jetzt einfach verschiedene Namen in einem Array speichern. Wenn ich bisher einen Text gespeichert habe, habe ich einfach geschrieben StringText ist gleich String. Alles kein Problem. Jetzt wenn ich ein Array erstelle, dann tue ich immer an den Datentypen einfach eckige Klammern dran setzen. Das Entscheidende ist jetzt aber, ich kann jetzt hier auf der rechten Seite als Daten nicht mehr ein einfaches String verwenden. Hier habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann hier das Schlüsselwort New verwenden, gefolgt vom Datentypen und genau wie da vorne muss an den Datentypen, an denen müssen immer die eckigen Klammern dran und dann gefolgt von runden Klammern. Dieses Array wäre jetzt noch leer. Da wäre nichts drin. Wenn ich jetzt aber die Größe angebe, dann kann ich hier einfach eine Zahl reinschreiben. Dann ist dieses Array aber noch leer. Jetzt beschwert er sich auch, der Compiler, weil er jetzt erwartet, dass ich hier auch Daten reinfülle. Meine Möglichkeit ist jetzt einfach diese geschweiften Klammern wegzulassen. Dann beschwert sich der Compiler nicht mehr. Wenn ich nun direkt aber Daten einfüllen möchte, ich mache das Array dazu ein bisschen kleiner, sagen wir zwei Elemente und ich habe die Namen gleich parat, dann kann ich die Daten gleich hier reinschreiben. Jetzt passt alles wieder. Compiler ist zufrieden oder die Running Time, die Laufzeitumgebung und jetzt gibt es eben aber auch eine Schnellschreibweise dazu und dazu lasse ich einfach diesen Text hier vorne weg. Der Compiler wird das dann schon für mich einfügen und fertig. Das ist auch die von mir bevorzugte Schnellschreibweise. Die ist sehr übersichtlich, sehr verständlich, gut lesbar und wie der Name schon sagt, kostet am wenigsten Zeit. Nun ist hier links das Array, das auch rechts dargestellt ist im Computer. Wenn ich jetzt auf dieses Array zugreifen möchte, dann muss ich eben diesen Index verwenden, um auf ein Element zuzugreifen. Dazu verwende ich dann die Bezeichnung des Arrays und dann den entsprechenden Schlüssel und dieser Schlüssel würde uns jetzt an der Konsole den Namen karl anzeigen. Alles kein Problem. Ein eindimensionales Array, weil wir hier für jedes Element nur einen Index brauchen, um es zu identifizieren. Wenn es sich jetzt um mehrdimensionale Arrays handelt, wie eben zum Beispiel dieses zweidimensionale String Array, dann füge ich hier einfach ein Komma ein. Dann weiß der Compiler, okay, jetzt brauche ich zwei solcher Arrays. Okay, dann kopiere ich mir die halt einfach einmal und separiere die mit einem Komma voneinander und setze dann noch um das ganze auch, um das ganze Konstrukt, quasi einmal die geschweiften Klammern. Der Übersicht halber werde ich diese Klammern jetzt auch unterteilen. Und jetzt ist eben nicht mehr ein Schlüssel ausreichend, um ein Element zu identifizieren, sondern ich benötige eben zwei. Und das Element aus, das wäre jetzt das nullte Array, das wäre das erste Array, daher nehme ich vom ersten das dritte Element, wäre das jetzt, nehmen wir das zweite Element, also die 1. Und die müssen dann genau wie hier in der Klammer auch natürlich mit einem Komma voneinander separiert werden. Jetzt können wir hier drauf wunderbar zugreifen. Und so verhält sich das ebenso mit jeder weiteren Dimension, die muss man dann einfach mit einem Komma voneinander separieren. Allerdings der Code dazu wird sehr schlecht lesbar. Wenn es sich dann nicht nur um 8 Elemente handelt, sondern um 80 oder 800, das ist Chaos. Auch ab der dritten Dimension, die geht noch aber die vierte Dimension und jede weitere Dimension ist dann auch schwer für uns vorzustellen und dementsprechend auch noch schwieriger zu managen. Es gibt neben diesen ein- und mehrdimensionalen Arrays gibt es noch verzweigte Arrays. Diese verzweigten Arrays, deren Besonderheit ist einfach, das sind im Grunde Arrays, die aus Arrays bestehen und die können natürlich auch verschiedene Dimensionen haben, diese Arrays jeweils. Also das werden auch sehr weitläufige Konstrukte. Also das cihen, ich wollte auch sagen, ich weiß, das muss man jetzt in leader zusammen Falls Gonna ab zwar gehen, schauen wir einfach mal terus. Und wenn ich noch einmal die Nummer zusammen leve, dann nehmen wir jetzt diese clasee so was dein perf �oter, jetzt noch, dann bitte wir das ja nicht mehr durch. Also, wenn wir möglichst Chloe mit höchern und so, wir wollen das ja so auch wieder dabei. Dasadaşer ist wirklich cocktail. Vielen Dank.